hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2 mit mir dem jan ja und heute werde ich weiter Outlast spielen und wie immer gucke ich erst mal ob alles läuft, die Aufnahme läuft, Audi war auch, jetzt ist mir wieder eingefallen wo wir stehen geblieben sind nämlich da wo ich nicht weiß wohin wie die hat mich gesehen das kann doch nicht sein da war sie das kann doch nicht sein Ah, nee, nee, nee. Das klingt dann wieder toll. Also, ich glaube, die läuft die ganze Zeit hier hin und her. Wo ist er? 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 Ah, scheiß drauf. Oh, kacke. Oh, kacke. Ich bleib doch noch dahin. Hat er? Hat er? Hat er mich gesehen? Ja, hat er? 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 Ich bin. 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 So, ich warte jetzt hier nochmal zwei Minuten. Ist sie jetzt verschwunden? Wird sie nicht mehr kommen oder wird sie nur noch auftauchen, wenn ich... ...heiz hier rausgehe? Er wäre schon dreimal da gewesen und hätte diesen scheiß Wagen dahin gerollt. Ich trau mich nicht, da rauszugehen. Warum kann sie nicht einfach nochmal hier vorbeilaufen? Hätte ich nichts gegeben. Diese eine Frau da, die rumsingt, ist auch plötzlich verschwunden. Heyyyy. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020